So Leute, wir gehen jetzt rein in Twitch Clips Germany und gönnen uns, perfekter Gesichtsausdruck übrigens, die neue Twitch Clips Germany. Und das mache ich noch weg. Let's go rein in die Olga. Herzlich willkommen bei Twitch Clips Germany. Perfekt. Ich finde es schön, was Holmes hier gerade macht. Was ist das für ein Game? Das sieht cool aus. Vor allen Dingen, wie man da läuft. Holmes, are you okay? Was muss ich jetzt würfeln? Acht bis zum Stern ist man dann davor. Oh, ist das das neue? Ist das das neue Mario Party? Das müssen wir uns eigentlich auch noch gönnen. Das kostet ja Spaß. Das sieht nämlich richtig witzig aus. Und drauf. Acht bis zum Stern. Du brauchst eine Acht. Sicher. Oh nein, oh nein, nein. Nein, da liegt es neun. Das ist so typisch Mario Party. Mario Party und Mario Kart wollen dich einfach nur fucking leiden sehen. Was anderes gibt es da nicht. Das ist gerade so auf... Ja, das ist 1080, okay. Bedacht, Alu. Das habe ich auch nicht bedacht. Oh mein Gott. Nein, ihr mit eurem Scheißachter zum armen Arsch und scheiß... Ach, komm. Ach, komm. Ach, komm. Aha. War da gerade eine Fliege? Da. Achtet drauf, Chad. Aha. Das Timing von der Fliege kamikaze-Fliege kamikaze-Fliege, kamikaze-Fliege einfach nur so. Rein da. Da ist gerade eine Fruchtfliege in den Rachen geflogen. Wir haben es gesehen. Oh, ich liebe das. Das hat so Dr. Dismas-Red-Vibes. Ich liebe das Greenscreen-Action. Das Schild killt mich, Alter. Das Schild hier oben killt mich. Warte, ich mach mal eben mein Bild weg. Das Schild hier oben, Chad. Guckt euch das an. Das Schild killt mich komplett, Alter. Super gut. How creative. Ich kann nicht, wenn du hier zuschaut. Stresen, was geht ab? Oh, ja. Mogli, was geht ab? Das klingt so. Also, es gibt ja viele Trends, die ich mitmache, ne? Das ist keiner davon. Ich geh nach. Ne. Ich hör auf. Gehst du aus? Ja. Okay. Ich fühle mit dir, Digga. Warum? Nein, Horror-Stream kommt nicht. Alter. Warum schicken die uns ein Kochbuch? Weil, also, soll das bedeuten, wir können nicht kochen und ihr wollt uns jetzt zeigen, wie man kochen kann oder was? Ist sogar handsigniert. Ist das eine Kriegserklärung, oder? Also, das... Au! Jetzt hab ich mich selber gesch... Das Buch hat mich angegriffen. Habt ihr das gerade gesehen? Das Buch hat mich ins Gesicht geschlagen. Verteidigungsfall. Weißt du, immer noch besser als zu Hause, Paul Glopse zu hängen. Definitiv. Dann überschneidern. Oh. Oh. Jun... Er für den Chat, für den Boy. Junge, diese Ansage und dann dieses... Oh, Junge, das ist... Das ist super, Alter. Das muss ich mir nochmal angucken. Das ist ja richtig wild. Dann überschneidern. Oh. Oh. Junge, Alter. Er hat einfach zerstört in Sekunden. Seine Ansage war einfach so gut und dann klatscht. Shit. Oh mein Gott. Na, Michael. Komplett weggenutzt. Ist die View von diesem Bösewicht ein bisschen anders? Oh nein. Oh nein. Ich weiß, was Sie vorhaben. So. Ich mein... Entschuldigung mal. Aber nee. Stell es mal wieder auf den Tisch. Ich möchte damit nichts... Ich geh jetzt erstmal weg. Das ist mir wirklich sehr drohe. Das Gesicht. Ich bin keiner das Gesicht weggereicht. Guck mal, wie er sich freut, Digga. Ist alles drauf? Ich glaub, nee. Jetzt sind Sachen runtergefallen. Jetzt kommt der Klassiker. Sie hat das frische Essen und es fällt runter. 100 Prozent. Das ist toll. Nein! Verfickte Scheiße. Ich fühle mit dir. Da pass ich nicht durch, ne? Also... Ja, dann... Aber nur, wenn ich am Computer sitze. Zieh durch, zieh durch. Wenn ihr wohin fahren wollt. Zieh durch, bitte. Zieh durch. Ich bin keinmal toll, nein. Vielleicht komm ich doch auf. Ich warte mal. Ich kann mal umgekommen. Easy going. So fahren wir über Brücken drüber. Schau dir so. Oha. Fallfett-Move. Links, das Ding. Meistens ist einer, der recht gut schießt hier auf lang. Was ist denn heute los, Digga? Was sind da für Clips drin? Das ist ja viel zu wild heute. Ey, Junge, wie geil mit Ansage. Einfach wie er... Achtet mal drauf, wie er komplett aus dem Leben geschossen wird. Links, das Ding. Aber meistens ist es einer, der recht gut schießt hier auf lang. So gut. Ziemlich laut und auf... Kann ich das? Oh, 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 oh. Die battlen sich gerade. Das ist meine Chance. Aha! I'm a ninja. Oh! I'm a ninja, Dale. Au! Lol! Er stand nicht wirklich genau dahinter, Junge. Wie viel Glück muss man haben? Ich meine, das Skill. Das Skill. Oh. Boah, das ist der Replay, oder was? Geil. Ich kann dir genau sagen, was der Gegner gesagt hat. Der cheatet. Der hat mich da gesehen. Moment, ich muss... Oh. Er wird so kotzen. Oh, es ist... Es ist zehn Zentimeter. Meine Zunge ist zehn Zentimeter lang. Schrese. Ich sag ja eins. Hast du Bock gehabt, oder was? Warst du ein bisschen... Was hast du getrunken? Oder was hast du gegessen? Das ist... Ach du Scheiße. Aber ey. Ohne Scheiß. Zehn Zentimeter. Meine Zunge ist zehn Zentimeter lang. Ich würde das nicht mal eine Sekunde schaffen. Guck dir das mal an. Guck mal, wie tief er ist. Einfach komplett wild. Digga, ich würde mir komplett... Komplett die Haxen brechen. Ich wäre einfach drei Monate weg... Ich wäre... Krankenhaus-Stream, Chad. Der Krankenhaus-Stream würde reinkingen. Ach du Scheiße. Auto, Autoform, ja. Battlefield, das kennen wir ja zu Genüge. Mein Satzbau, Digga, ist heute wieder anders. Ich bin gespannt. Battlefield schockt mich nichts mehr, bin ich ehrlich. Das ist schlecht. Wir sind Open Field. Das ist wirklich nicht so gut. Ich habe einen von denen mal gekillt. So als Open. Ich habe zwei. Ich habe alle drei. Dalu, Digga. Vom Beruf Battlefield-Entwickler, oder was? Als Open, ne? Als Open, ne. Irgendwann schrieb, hallo Flo. Äh, habe bla bla bla. Die Tasse kam mittlerweile an. Leider ist der Henkel abgebrochen. So, Punkt. Was tun wir jetzt? Oh, das sind die Liebsten. Chad, das kann ich mir richtig vorstellen. Kennt ihr die Leute, die dann... Die Tasse ist abgebrochen. Ähm... Kann auch sein, dass die nach zwei Jahren abgebrochen ist. Und trotzdem sagen die Leute so, wie verbleiben wir denn jetzt hier? Ich bin ihr Kunde. Ich bin König, Alter. Wenn man so anfängt, das sind mir die Liebsten, Leute. Hm. Was? Und wo ich mir wirklich dachte, ja, was machen wir denn? Geil. Du bist der Einzige, der Nud für die Welt Becher hat. Ich dachte nur, oh. Ich dachte... Ich dachte... Du schaffst da an. Das war gut. Das war... Bitte mal, clap in den Chat, Junge. Ich bin immer komplett neidisch auf Leute, die Instrumente spielen können. Und eine Geige, Junge, ist ja schon sehr stylo, Alter. Egal. Egal, verweiter. Alter, kann doch mal bitte einer klippen, falls wir das brauchen. Der ist gerade voll in den Dehnen reingefahren, der Idiot. Ich glaube, ja. Also, du gehst ran. Und rechte, äh, machst du, wirst du mit E gedrückt. Und dann gibt das dir, glaube ich, ein Feld. Das heißt Re-Armor oder so. Weil, so langsam... Ich glaube, ich müsste dich auch mal ins Bett. Das weiß ich leider nicht. Ist mir auch schon passiert, Chat. Kennt ihr das, wenn du so... Sie müssen drauf hören. Der hat so ähnlich, äh, wie dieses Wort gesagt. Und... Oder so. Achtung. Äh, so langsam. Da war's. Das ist am Ende das Hohe. Deshalb hat er reagiert. Ich glaube, ich müsste dich auch mal ins Bett. Das weiß ich leider nicht. Bruder, ich hätte mich auch erschrocken. Holy shit. So, guten Abend, Sokoljof mein Name. Guten Abend. Brauchen wir Hilfe? Wo, was denn jetzt? Entschuldigen Sie bitte. Ich glaube, ich habe hier ein Skype-Pell auf dem Boden gefunden. Es ist doch ein Fahrrad. Perfekt, ey. Perfekt, ey. Perfekt, ey. Das sah geil aus, ey. Um es so förmlich wie möglich zu halten. Ich hoffe nur, da ich am Mittwoch Busenimpfung habe. Buserimpfung. Da wird mir der Busen geimpft. Wie gut wäre es bitte, wenn man ab sofort sämtliche Brustvergrößerungen Brustimpfung nennen würde. Zieh durch! Hä? Oh mein Gott! Ben! Der Löwe ist einfach weggeflogen! Scheiße, mein Herz! Startet der denn jetzt alleine oder muss ich uns noch irgendwas machen? Auf bereit habe ich geklickt. Nicht bereit. Aber ich bin noch bereit. Hä? Was will das Spiel jetzt von mir? Du musst auf bereit klicken. Ich habe doch... Okay, also Street House, Anfänger, wählen. Bereit. Startet das Spiel? Ach, ich muss noch auf Start drücken. Ich verstehe. Oh mein Gott. Erste. Mann, Alter! Mann. Alter. Wir haben Runa 1 gewonnen. Ja, das ist richtig. Oh, Entschuldigung. Das passiert jetzt. Das passiert jetzt. Das passiert jetzt. Elektrischer Schlag wieder. Ja, das war ein elektrischer Schlag. Das passiert hier sehr oft. Das passiert manchmal. Das passiert manchmal. Mauke hat Hunger gehabt. Das ist alles gut, Mann. Alles gut. Das ist ein Witz, ist das. Ja. Ich habe geschrieben, es wäre so wild, wenn Vodafone ins Internetgeschäft gehen würde. Stellt euch mal vor, die würden Internet keine Frechheit verkaufen. Wäre so wild. Vodafone hat geantwortet, Digga. Ich kann dich beruhigen. Da sind wir bereits. Und ohne Frechheit benötigst du die Hilfe bei etwas. Beziehungsweise hast du ein Anliegen. Und er antwortet mir einfach selbstbewusst, wie er ist. Ich kann dich beruhigen. Da sind wir bereits. Und ohne Frechheit. Benötigst du Hilfe bei etwas. Hier hast du ein Anliegen. Liebe Grüße. Das ist derselbe Dude. Beziehungsweise das ist dieselbe Firma, die mir als Businesskunden jeglichen Service über Twitter verweigern an Support. Weil ich Businesskunde bin, muss ich die Hotline verwenden, in der ich eine Wartezeit von 50 Minuten habe. Jetzt muss ich das schon wieder sehen. Suki, du Verräterin. Ich will es nicht noch mal sehen. Attacke. Parade. Nein. Suki. Suki. Ich habe es gesehen. Das ist Fenty. Nicht hinkucken. Ja, ich habe es genau gesehen. Suki, reiß dich zusammen. Ich habe die Finger von meinem Freund. Es reicht. Nicht hinkucken. Nicht hinkucken, Chad. Nicht hinkucken. Ja. Finde ich schuldig. Ich war besoffen. Das heißt, ich muss jetzt vor Suki aufpassen, wenn sie besoffen ist. Dass ich bei dir wieder in diesem Maisfeld stehe und dann sagt so ein Geist, Oh, das sagt der Geist nicht. Oha, voll gut. Tobi, geh ein Stück zurück, sonst bist du gleich. Der Bruder. Oh Gott. Yo, what? What? Ja, mich hat er auch. Was ist jetzt passiert? Die Kist hat uns gerade alle erschlagen. Das ist Digger. Battlefield. Die werden gleich einfach von irgendjemanden von hinten überrascht, der dann so meint, Hallöchen, was machst du denn hier? Jo, hab's gesagt. Jetzt hab ich zwei Hände als Pistolen. Das ist gruselig. Jetzt bist du der Reaper. Zwei Hände als Pistolen. Oh mein Gott, ich hab's aber auch nicht gecheckt am Anfang. Wo herrscht Rega-Verkehr? Ja, und ich weiß, wo Rega-Verkehr heißt. Äh, äh, herrscht. In meinem Mund. Warte mal. Ich hab heute zwei verschiedene Autos nachgemacht, beziehungsweise drei verschiedene Autos. Das erste Auto, was ich heute nachgemacht habe in der Sprachnachricht war, war schon sehr gut, aber das nächste ist noch besser. Das nächste Auto kommt jetzt. Das ist ein Elektroauto, offensichtlich, aber habt ihr gemerkt, dass der Vibe sich geändert hat gerade? Elektroauto macht aber... Richtig gute, richtig gutes Geräusch. Und das nächste ist ein Traktor, muss ich vorher einmal sagen. Das nächste ist ein Traktor. Der parkt. Was ist denn mit einem turbo geladenen Fahrzeug? So... Was ist denn damit? So ein Ding. Mega Geräusche einfach von mir immer. Can we take a minute and... Aplicate the eye shadow? Appreciate. Ach Gott. Aplicate. Oh, das ist wieder süß. Was hab ich denn jetzt schon wieder gesagt? Um damit Geld zu verdienen, verstehe ich, aber wenn Leute die Geld dafür ausgeben, Leute zu machen... Okay, Chat. Chat. Chat, nehmt die Schere, den Rasierer, alles, was ihr braucht, in die Hand. Ich will seine Haare haben. Ich brauch E-Extensions, ich will seine Haare. Die sind so weich und samtig. Ich will die haben. Lul. Oma meckert mich immer an, wenn ich irgendwie bei ihr essen gehe und ich manche mal alles zusammen. Ich bin so ein Manscher. Ach nee, ich hasse Manscher. Ich mach einen richtigen Brei, einen richtigen Haufen raus. Ich komm immer so, ich hasse euch dafür. Man gibt's richtig Mühe und dann ist es total schön. Ja, aber im Mund ist eh alles zusammen gemanscht. Im Mund ist alles ein Brei. Seid ihr Manscher? Ich bin auch Manscher, auf jeden Fall. So, äh, Kartoffel, äh, Kartoffelnmanschen und so, voll geil, Salz drauf oder so. Ach, voll lecker. Ja, ich Manscher. Ich, ich oute mich jetzt, Chat. Ich bin ein Manscher. So, jetzt ist es raus. Jetzt ist es gegart. Das muss, das ist richtig schön identisch. Und ich geb mir richtig Mühe, damit jedes, jede Komponente auf dem Teller ein anderes Geschmackserlebnis ist. Und dann isst du jede Komponente einzeln oder was? Nein, aber die sind, wenn die, das ist was anderes. Nächste Frage. Esst ihr zuerst, wenn ihr zum Beispiel McDonalds was Gesundes, esst ihr erst die Pommes oder den Burger zuerst? Das ist eine wichtige Frage. Und bei mir ist es so, ich mach den Karton auf, vom Big Mac, sag ich mal, und schitt die Pommes in die andere Seite der Schale. Esst die Pommes zuerst und dann den Burger. Das Beste kommt zuletzt. Alles gleichzeitig für Kirby. Ja, perfekt. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Schlaf, Luri, schlaf. Der Meiers killt ein Schaf. Danach killt eine bunte Gutsche. Hört ihr noch die Kälte so? Lauf, 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 lauf. Du bist so eine blöde, kugelblöde, ne? Boah, ich hasse dich. Ich hasse dich. Boah, du bist so eine. Boah, Alter, wirklich. Ich krieg den Föhn hier mit dir. Ah, ich möchte was kaputt machen. Da. Nein. Er schiebt gleich. Ich kann was machen. Komm mal hier. Oh, nee. Jess, 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 Jess. Jess, Jess, Jess. Ist das das etwas andere Amon? Hä, wo ist er hin? Jess, Jess, Jess. Ach, weil Jess nicht da war. Jess, 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 Jess. So, was ist denn hier los? Jess, Jess. Dankeschön, ich hab das keine Marlone. Ich hab gar nicht so eine große Fresse. Ich kann das gar nicht so. Kennt ihr das? Wenn man denkt, man hat im Internet alles gesehen. Und dann kommen Milchbaum und Mauki. Let's go, Digga. Wachen. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Erst nur ich. Ha, ha. Ha, 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 ha. Weil ich wusste, dass du das vielleicht nicht gut kannst, weil das ist ein bisschen schwierig, der Part. Komm nicht dran. Du wirfst jetzt nicht nochmal eine Zitrone nach mir, okay? Oha, Sniper-Aim. Ich will so schlecht. Wie kann es sein, dass wenn ich sage, wirf mir was zu, du nicht triffst. Aber wenn du mich mit einer Zitrone abwerfst, du in meine Brille wirfst. Oha, ha, 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 sehr gut. Jetzt, hoch, da. Nein, nein, nicht abgestoßen. Nein, nein. Nein! Fifty-fifty Grind! Spiel ausmachen. Spiel ausmachen. Das Ding ist durch. Zweieinhalb Stunden Stream für den Arsch. Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Der ist gut, der Typ. Peace out. Du kommst sofort. Frau Deluxe, was ist denn mit ihren Augenbrauen? Heute hab ich mal mit Edding nachgezogen. Hab ich auch schon mal gehört. Wurde ich auch missverarscht. Achso, ich muss wieder gestikulieren, ne? Wenn ich mich aufreg' zum Beispiel. Mann! Ach, schade, dass das nicht geklappt hat. Hm, hu. Ah, wird schon. Ich schaff's jetzt bestimmt. Steuerung H? Ich vertraue dir nicht, Bros. Was kommt, wenn ich Steuerung H mache? Ah, ah! Du HUNT! Mache. Haha, das wusste ich auch noch nicht. Maluna Hot. Maluna Nudes. Aria... Orang... Okay. Herr Morange, was ist da los? Ah, ah! Du HUNT! Du HUNT! Du HUNT! Das Einzige war das Einzige, was mich auch drunter wollte. Hahaha! 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 Ich sag dir eins, oder ich sag euch eins. Diese Stühle, in meinem Leben, zehn schon davon zerstört. weil... der Wind immer komisch war. Das lag nicht an meinem Gewicht, der Wind war komisch. Oder die waren schon alt. Altes Plastik, ihr wisst Bescheid. Hahaha! Oh, mein Knie! Ah! Okay. Die Avocado Hand jetzt, und dann... Schön... Oh! Alter, mein Gott! Oh mein Gott, habt ihr's gesehen? Ey, ich hab's erzählt, bitte! Das ist so ein Jake. Ah! Es kann doch nicht wahr sein. Ah! Es kann doch nicht wahr sein. Kamera freeze at best moment. Ah, er kommt, er kommt, er kommt. Okay, okay, okay. Ih, ich hab's im Gesicht. Ih. Bitte klippen. Nein! Warum fahren wir jetzt von... oben nach unten? Weil wir nach unten müssen. Ne, wir fahren bei mir von unten nach o... Ja, vielleicht ist die Map halt einfach aufm Kopf. Ja, du musst dich auch richtig rum zur Mitte stellen, du. Boah, das könnte mir auch passieren, ey. Das ist auch so ein Moment, den ich hart fühle, und dann kommt's, und dann denkst du dir... Ist ja, was geht. Mach es weg! Hier sind wir. Ah, Schackes! Das ist ja toll! Wohin wollte er denn? Was war denn seine Mission? Und das, äh, habe ich gemacht, um die Weihnachtszeit ein bisschen verlosen zu können. Ein bisschen Skullipi-Merch. Krass. Ja, krass! Oh mein Gott! F***, stell dich nicht so an, oder? Gelati... 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 Gel... Gelantinierter... Gel... Gelantine, oder? Ich weiß, bei mir braucht man nicht kommen mit schwierigen Wörtern, aber Gelantine, oder? Gel... Gelanti... Gelantinierter ist es nicht! Wie ist dieses Wort? In Wackelpudding-Form ist es räudig. Gelati... Kennst du dich mit... PCS aus und kannst du mich beraten? PCS? Ach, mit PCs! Ach, mit PC... PCs, Tigger! Ich habe jetzt auch gerade gedacht, was ist das? Er kocht für mich, ich sauge für ihn. Oh mein Gott! Jetzt will ich hier den Größten wissen. Den Größten! Ja, moin! Das wird wieder falsch aufgefasst. Wir haben auch immer noch keinen Leuchtstein. LOL! Okay, wir haben einen Leuchtstein. Das ist schon auch so ein bisschen ekelhaft süß eigentlich. Ich lag mit meinem Hund auf der Couch und ich hatte so... Also, er lag sowieso an meiner Brust irgendwie. Und dann habe ich so meinen Kopf auf seinen Bauch gelegt und dann bin ich dabei eingeschlafen. Und das wäre jetzt wahrscheinlich peinlich, wenn ich das erzähle, aber vielleicht habe ich Jake auch ein bisschen angesabbert. Irgendwie... Hey, alles gut. Egal, das können Hunde auch, also save. Aber erzählt das bitte keinem, weil das wäre echt unangenehm. Ich hatte gerade das ekelhafteste Erlebnis des heutigen Tages. Hast du in den Spiegel geguckt? Wow. Ja, ganz neu. Ich habe gerade am Sensor von meiner Maus gesaugt, um zu schauen, dass es saugt ist. Bruder, was? Und man denkt, das kann nicht schlimmer werden. Ja. Und nicht nur ein bisschen. Guck mal, jetzt muss er... Scheiße, die Flasche ist aufgegangen. Nein! Die Flasche ist aufgegangen, ich kriege die Krise, Alter. Das gibt's doch nicht, Alter. Cut. Mein Meister hat mich immer gefragt, ob ich meine Freundin auch schon mal ins andere Loch gepiept habe. Ich sage nur, nö. Dann wird sie doch schwanger. Bitte, was ist das für ein Lied? Ich will das Lied haben. Ich will das Lied haben. Chat, gebt euch das Lied. Kann das einer mal recherchen? Recherchen, Chat. Ah! Das sieht es... Ja, aber das ist ein Beat. Das ist ein Remix. Das ist ein Knight Rider, aber ein Remix. So, Freunde. Ich lasse dich mal am Leben. Stark. Ganz stark. Da war aber ein leichter anderer Beat drinnen, Leute. Ganz stark. Da gehen jetzt die Ideen raus, ey. Wohin? Ich kann ja jetzt, wohin, dass wir jede F*** Tür verschlossen? Da brauchen sie Dietrich. Da brauchen sie den Zugangskart. Da brauchen sie den Covid-19-Negativ-Test. Da hätten wir den Killer dahin. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Von daher passt... Nein. Das ist so... Das ist so... Ich fühle das so. Das ist so krass. Wenn du hier Zeug stehen hast und du laberst mit dem Chat. Du bist halt komplett lost. Vor allen Dingen... Die Farbe, Digga. Farbe der Lippe. Heißen mit dem Killer dahin. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Von daher passt... Nein. War eine schlechte Idee. Oh Gott. Du musst mir trinken woanders hinstellen. Ich bin cool. Ich bin mega cool. Google mal nach cool. Und geh auf Bilder. Da findest du mich. Schau. Ich geb CEO ein. Geh auf Bilder. Ach scheiße. Jetzt hab ich nicht verraten. Ich geb cool ein. Und geh auf Bilder. Da? Da komm ich daher. Ich hab cool eingegeben und gesucht. Ich weiß nicht. Wenn ich selber steck... Wenn ich abends Langeweile im Bett hab. Was actually sehr häufig vorkommt. Weil ich offensichtlich single as fuck bin. Wie denn? Dann schick ich mein Ding immer so... Also meinen Bums... Aus der Nummer kommt die nicht mehr raus. Mein Finger. Entschuldigung. Finger. Check ich immer so in meinen Bauchnabel rein. Rühr da rum. Und da... Und dann ist da so ein Unterdruck. Und dann macht das... Dann fluckt das immer so, wenn ich das wieder rausziehe. Okay. Ich hab mein eigenes Twitch... Unsere Lehrerin, Madame. Jetzt wird's wild. Was hat sie Neues auf dem Kasten? Clips Germany Bild gemalt. Ich hoffe, es gefällt euch. Tada! Geil. Abonniert Twitch Clips Germany. Haha. Nice. Abonniert Twitch Clips Germany. Haha. Wir müssen auch noch reinmachen. Jesus. Zineiv. de